ARD Text im Auftrag von Funk Warum nickt ihr überhaupt Quorum? Und warum hat der eine Maske auf? Ach egal, lass einfach liegen bleiben. Es gibt viele Gründe im Bett zu bleiben, aber der allerbeste ist Frieden. Mach's wie wir, bleib am 4. Mai einfach im Bett, dann gibt's auch keinen Stress.